C ist eine sehr populäre und nützliche Programmiersprache. Es ist eine Sprache, die auf der Net-Plattform von Microsoft ausgeführt wird und eine entscheidende Rolle in der Softwareentwicklung spielt. C wurde von Microsoft im Jahr 2000 entwickelt. Das Hauptziel war, eine Sprache zu schaffen, die einfach zu verwenden ist, aber gleichzeitig leistungsstark genug, um große und komplexe Softwareanwendungen zu erstellen. Es ist von Sprachen wie B und BCPL beeinflusst und wurde entworfen, um die besten Teile dieser Sprachen zu kombinieren. C ist eine objektorientierte Programmiersprache. Das bedeutet, dass es auf dem Konzept von Objekten basiert, die Daten und Methoden enthalten. Eine Klasse in C ist wie ein Bauplan für ein Objekt. Sie definiert, welche Art von Daten das Objekt speichern kann und welche Operationen es ausführen kann. Die Syntax von C ist ähnlich wie die von anderen C-basierten Sprachen. Sie verwendet Klammern, um Codeblöcke zu definieren und Semikolons, um das Ende von Anweisungen zu markieren. Zum Beispiel hier ist, wie man Hallo Welt in C ausgibt. Hier wird zuerst die Systembibliothek mit dem Befehl UsingSystem, demikolon, eingebunden. Dann definieren wir eine Klasse namens Programme und eine Methode namens Main. Innerhalb dieser Methode verwenden wir Console.WriteLine, um Hallo Welt auf dem Bildschirm auszugeben. C wird in vielen Bereichen der Softwareentwicklung verwendet. Einige davon sind Web-Anwendungen, Windows-Anwendungen, Spieleentwicklung und mobile Anwendungen. Beispielsweise wird C in der Unity-Spieleentwicklungsumgebung weitgehend verwendet. Mit C können Entwickler die Logik und das Verhalten von Spielen programmieren. Spieleentwicklung und Spieleentwicklung Wir haben Blake dieě, weil wir 64 in die